Kann man eigentlich zu 100% glücklich sein? Mache dir bewusst, dass sich das Leben nie 100% vollständig anfühlen wird. Ganz egal, wie erfolgreich und glücklich du bist. Denn Menschen können sich auch an sehr gute Lebenssituationen gewöhnen, welche sie später wieder normal oder sogar langweilig finden. Deshalb brauchst du etwas, das dich antreibt, in dem du zum Beispiel etwas erfindest, erschaffst, aufbaust, weiterentwickelst. Etwas, das von dir kommt, das dir sehr viel Spaß macht. Und wo es eigentlich unendlich aufwärts gehen kann. Wie zum Beispiel ein eigenes Unternehmen, ein Hobby und so weiter. Viele haben ihre Hobbys ja sogar zum Beruf gemacht, wie auch ich. Es gibt tausende Hobbys. Google-Suche. Zum Beispiel Hobby-Liste. Oder alle Hobbys.